Hallo ihr allerliebsten Menschen, mein Name ist David. Ich spiele heute mal wieder Half-Minute Heroes. Könnte sein, dass das der zweite Part an einem Tag ist. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, weil der andere Part nur sechs Minuten oder irgendwas gedauert hat. Ich bin nämlich überraschend schnell durch die letzte Episode gegrasht. Ist mir nur aufgefallen, das Video hängt immer noch. Ich weiß jetzt woran es liegt, ich kann es aber leider nicht beheben. Also das Video hängt in dem Sinne, dass die Tonspur und die Videospur aneinander vorbeilaufen. Ich habe jetzt dementsprechend den Ton hier ausgeschaltet in dem Spiel. Tut mir ein klitzeklitzeklein wenig leid. Ne, eigentlich tut es mir nicht mal leid, weil ihr habt die Musik ja schon gehört. Die ist jetzt nicht neu und die Soundeffekte sind jetzt auch nicht neu. Eine Sprachvertonung gibt es bei dem Spiel nicht. Von daher, genießt meine Stimme, falls ihr das tut. Und, yo, C bestätigen, zu Wasser oder zu Land. Oh, das hört man doch gerne. Ein klein wenig können... Aber wir machen jetzt weiter, C bestätigen. Ich fange dann gleich mal kurz an, Moment. Und da bin ich wieder, weiter geht's. Starten. Wuhu, starte! Zu Boot oder zu Land. Super Mega-Neo... Mega-Neco... Mega... Super Mega-Nega-Climax... Flins Mega-Nega-Store... Zu Wasser oder zu Land! Äh, da ist sie ausgesucht... Kingcrab! Ich will mich nicht vorwärts bewegen! Nicht seitwärts! Vorwärts! Aber in dieser Welt werde ich mich niemals vorwärts bewegen können! Ey, das ist so ein geiles Problem. Ich liebe diese Typen! Darum zerstöre ich diese Welt! Wow! Damit ich endlich vorwärts komme! Ah, ist das geil! Ich liebe diese Typen! Ah, ist das cool! Halt's den Maul, blöde Fee! Du bist langweilig! Alle Bösewichte sind cool, nur ich hab diese Scheiß-Begleiterin! Äh, Last of Us kann ich euch nur empfehlen! Hat eine geile Begleiterin zum Beispiel! Oder hier... Ähm... Ähm... Bioshock Infinite! Meine beiden absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr! Beide super Begleiterin! Kann man beide nur empfehlen! Ähm... Ja, es gibt sicherlich ein Fee- Ja... Halt's Maul! Blöde Tusse! Äh, geil... Ja, ich war gerade bei geilen Begleiterin! Also nicht vom Aussehen her! Wobei die bei Bioshock Infinite doch schon ziemlich schick ist! Auch vom Design! Äh... Jetzt nicht die von Last of Us... Also nicht die Tess, sondern die... Ellie? Ja... Ähm... Das ist ein bisschen nervig. Ja, beides klasse Spiele. Beide sollte man definitiv nicht spoilern, weil sonst versaut man einem das Spiel. Ich bin jetzt mit Last of Us fast durch. Bei Ashok Infinite habe ich schon längst durch. Ganz klar, super Spiel. Lieb ich. Ab normal. Feiere ich auch extrem, dass die das so hinbekommen haben. Aber beide super Spiele auch mit ihren Begleitern. Also da sieht man dann auch mal, es gibt tatsächlich Spiele, die kriegen es gebacken. Es ist eigentlich ja nur eine Begleitmission. Durchgängig super hinzukriegen. Ich finde sowas toll. Ich will sowas öfter haben. So. Und wir sprechen jetzt mit diesem lieben Menschen, der uns jetzt erzählt, wie wir über die See kommen. Ich habe eine Teufelsfrucht. Ich kann nicht schwimmen. Okidoki, die Sache ist gebongt. Ich lasse dich mein Schiff benutzen. Wobei, wenn ich in One Piece leben würde, würde ich Haki haben wollen. Aber keine Teufelsfrucht. Ganz ehrlich? Ich würde mir so in die Hose scheißen, wenn ich auf einem Schiff fahren müsste. Und wüsste ich, wenn ich runterfallen würde, würde ich ertrinken. Das ist doch dämlich. Ich meine, das Schiff besteht meistens aus Holz. Gottverschissenes Holz. Ich habe Holz heute gesägt. Ja? Das ist nicht wirklich haltbar. Und es gibt Leute, die zerstören ein Schiff, zum Beispiel hier Falkenauge, mit einem Schlag. Da bin ich doch nicht so blöd und es ist eine Feuerfrucht. Feuerfrucht. Teufelsfrucht. Ups, ich habe ja ganz vergessen, dass es da ein kleines Problem mit meinem Schiff gab. Das Räubertrieb hat doch glatt mein Schiffsmast gestohlen. Oh nein, du böses Räubertrieb. Turm im Nordwesten. Jetzt weiß ich, wo Westen ist. Als Maul. Verflixt, wenn ihr mir doch nur irgendwer meinen Schiffsmast wieder beschaffen könnte. Ich habe ihn Kenny genannt. Mein Schiff, der Schiffsmast Kenny. Da ist ein Räuberturm. Ja, ein Räuberturm. Räuber haben so an sich, dass sie Türme mögen. Und der sieht ein bisschen aus wie dieser Wunderturm aus der Saphir-Edition. In der Wüste, der aufpoppt. Ich weiß nicht wann. Aber da pappt ja so ein Turm auf. Und er ist unheimlich nervig auf dem Emulator, den ich jetzt habe. Ja, ich habe die Smaragd-Edition, aber ich wollte die nochmal auf dem Handy haben. Falls ich irgendwo stehe, kann ich Smaragd-Edition ganz chillig zocken. Aber ey, ich komme diesen scheiß Wunderturm nicht hoch. Ich habe den Schiffsmast samt Segel gestohlen, weil mein Bettlacken zerrissen war. Ernsthaft? Honk. Zonk. Schiffsmast. Ohne Kampf. Kriegst du ihn nicht. War doch sowas von klar. Bitch, ich boxe dich tot. Ja. Krieg ich meinen... Krieg ich den Scheiß jetzt? Danke. Nur wegen so einem Hurensohn. Nur wegen so einem blöden Menschen. Es ist ganz ärgerlich mit diesen Menschen, wisst ihr? Die sind da. Die existieren. Einfach nur, weil sie existieren. Es ist schon ganz ärgerlich mit diesen Menschen. Ja, es gibt so Menschen. Politiker zum Beispiel. Politiker sind ganz oft so. Oh, das war jetzt kritisch. Nein, ich habe selbstverständlich nichts gegen... Weniger gegen Politiker. Muss ich ehrlich sagen, als viele andere Menschen. Aber ich habe was gegen Politiker. in so Sachen... Es ist mir bewusst, dass man Weltfrieden jetzt nicht so super gut mit allen Leuten unter einen Hut bringen lässt. Ich meine, ich würde auch gegen einen Islamstaat kämpfen. Einfach, weil er mir zu streng wäre. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, Muslims, die sicherlich für einen Islamstaat wären. Da würde das dann aufeinander kollidieren. Denn im Prinzip sollte man alle Sachen erstmal aus dem Staat raushalten. Anders würde kein vernünftiger Frieden zustande kommen. Was ja nicht so funktioniert. Leider Gottes kommt immer wieder, man sieht es jetzt in der Türkei, wo Atatürk damals gesagt hat, man muss strikt Religion und Politik trennen ins Spiel. Dann kommen natürlich nur Wirtschaftssachen. Die kommen auch dazu. Man kann ja nicht alles auf die Religion schieben. Religion ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Ich mag Religion. Äh, Religion kann auch super hilfreich sein. Ah, es ist halt schade, dass es immer noch die Leute gibt, die Religion so partout verteufeln. Ich bin aber immer noch nicht wild, da habe ich noch ein bisschen Schiss vor. Vielleicht kriege ich da auch eine neue Waffe. Da werde ich mal in dieses Dorf gucken. Wunderbar, starke Vögel, aber die machen mir jetzt nicht so viel. Ah, ich kriege eine Lederrüstung. Ja, die lobe ich mir. Ja, super. Guck mal, ich habe eine Lederrüstung, Leute. Oh, jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen. Scheiße. Ah, jetzt bin ich auch wild. Betreten, kräftige Scheren und ein kräftiger Panzer. Die Kabel ist die stärkste aller Lebensform. Wunderbar. Naja. War jetzt wieder mal eine bisschen ernstere Episode, habe ich das Gefühl. Ah, ich habe schon 36. Cool, 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 coole Sache. Und ein sehr cooler Endboss, muss ich auch sagen. Manchmal liebe ich ja dieses Spiel für seine Sachen. Manchmal mag ich es nicht. Aber heute war es mir mal wieder heult. Die Spielegöttin hat mir zu Tage sonst was gemacht. Und da ist der gute alte Käpt'n. Hallo, Käpt'n. Na, wie fährt sich auf meinem Schiff? Ist doch spitzenklasse, oder? Ja, das war groß und schön. Ich hatte eine schöne Zeit an Bord. Und, ähm, ja, meine Teufelsfrucht war hier nicht so vom Vorteil, ne? Für alle meinen Charakter hat die Gurkenfrucht. Er kann sich in eine Gurke verwandeln. Das darf er allerdings nicht, sonst bleibt er eine Gurke. Das würde nicht funktionieren. Ja, ich weiß, die Idee habe ich von einem guten Freund geklaut, aber ich fand die Idee so klasse. Ich wollte sie jetzt einfach mal reinwerfen. Was kriege ich denn? Was kriege ich denn? Geil, ich kriege Schwarzgurt. Ich habe mir nicht gerade eine Rüstung gekauft für 100 Gold. Nein. Fickt euch. Fickt euch doch einfach, wisst ihr doch. Ihr seid so gemein zu mir. Ah, okay. Ähm, ich habe mich fast so angehört wie meine Ex in der Periode. Ich habe mich extrem so angehört, aber lassen wir das. Wir haben es geschafft. Wir haben ein wenig über Politik geredet. Was jetzt nicht unbedingt in dieses Spiel reinpasst, weil wir sind an einem schönen Abend, so an Lichtstrand. Wir haben, glaube ich, nicht über witzige Themen geredet. Tut mir leid, Leute. Manchmal bin ich da einfach nicht für. Ähm, zu haben. Ähm, ja. Morgen kommen Handwerker, dann kann ich wieder mal nicht aufnehmen. Uh, uh. Und dann werdet ihr danach die ganze Zeit so ein... Im Hintergrund hören. Ähm, weil die Handwerker bei uns, äh, das Haus trockenlegen müssen. Jawohl, das hat einen Wasserschaden, weil der Typ, der alles installiert hat in den Bädern, unfähig war. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich da schnipse und dazu Pausen mache. Aber das war so. Okay. Pedis. Tschüss.